Und das Hotel direkt am Strand ist das Camellia World Selin. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist das Alacate Restaurant. Hier vor den Camellia World Hotels gibt es den herrlich breiten und flach abfallenden, feinsandigen Sandstrand. Und das ist der Blick vom Sandstrand zum Hotel Camellia World Selin. Und der Blick vom Sandstrand zum Hotel Camellia World Folia. Das ist jetzt die Strandbar. Ein weiterer Teil der Camellia World Anlage sind die Zimmer im Terrace House. Hier die Zimmer des Terrace House liegen genau hinter dem Hotel Selin. Das ist das Alacate. Das ist die Stadt der Topolze. Das ist auf die Tür.